Hier ist Gartenvideo.com, mein Name ist Markus Kobbelt und unser Thema heute die Dahlienwelle. Jetzt werden Sie sagen, jetzt macht er schon wieder ein Video über seine Dahlien, aber ich bin so begeistert über die Dahlien hier im Bad Zwischenan vor unserem Bürogebäude, dass ich einfach nicht anders kann, als nochmals ein Video zu drehen und Ihnen die Vorurteile unserer Dahlien zu zeigen. Sie haben schon gehört, wir haben diese Dahlien Ende Juni, Anfang Juli gepflanzt. Nach vier Wochen war die Dahlienpflanzung voll und nach sechs Wochen war sie perfekt. Und jetzt nochmals, zwei bis drei Wochen, zwei Wochen später, zeigt sich noch etwas Wunderschönes, die Luberer Dahlienwelle. Nämlich, dass die Dahlien hier vornüber fallen und dann wieder aufstehen und dann den Eindruck geben, als würden Sie hier den Platz erobern. Sie können das auch bei sich zu Hause machen, am Rand eines Rasenstückes und die Dahlie fällt dann sozusagen ins Rasenstück rein. Nun, dass so etwas entsteht, ist reine Faulheit. Das heißt, wir hatten hier vor zweieinhalb Wochen einen Sturm und dann sind die Triebe umgeknickt und dann haben Sie hier lange überlegt, sollen wir das lassen oder sollen wir es nicht lassen? Ich habe geraten, lass doch, dann entsteht die Luberer Dahlienwelle, weil den gleichen Effekt hatte ich letztes Jahr auch in Buchs in meinem Garten. Und Sie haben es gelassen und siehe da jetzt, zwei Wochen später, die perfekte Luberer Dahlienwelle. Die Dahlien erobern ihren Platz, sie werden breiter und grösser, sie nehmen sich den Platz und es kommt natürliche Unregelmäßigkeit in die Dahlienpflanzung rein, aber eine schöne Dahlienwelle. Kommen Sie mit und schauen Sie sich hier die Dahlienwelle an, hier, wenn Sie hier die längere Pflanzung anschauen, sehen Sie, wie einzelne Sorten gekippt sind und gleich wieder aufgestanden sind. Also wenn sowas nicht schön ist, dann weiss ich auch nichts mehr. Gestern hatten wir Besucher hier im Bad Zwischenland, zwei Busse voll von Gartenfreunden kamen, zusammen mit dem Verlag Wächter, der den Gartenfreund herausgibt, haben wir hier einen Rundgang organisiert, eine Tagung organisiert. Und Sie glauben nicht, alle Leute sind hier vom Busparkplatz hierher geströmt, sie wollten und mussten diese Dahlien sehen, so sind diese Dahlien jetzt ein Eyecatcher. Und speziell auch meine Lieblings-Dahlienwelle. Schauen Sie nochmals, wie diese Dahlienwelle entsteht. Man sieht es vielleicht am besten hier. Ich darf Ihnen nicht den Rücken zuwenden. Komm mal mit der Kamera hierher. Da sieht man es. Also der Trieb ist geknickt, hier unten, und gleich wieder stellt sich die Darie auf und bildet eine Dahlienwelle. Manchmal sogar so, wenn der Trieb ganz nach unten knickt, steht er hier wieder auf. Und gleichzeitig entstehen hier und hier auch vertikale Seitentriebe mit Blüten dran. Und dadurch entsteht diese wunderschöne Dahlienwelle, die in den Platz hineingeht, wo sich die Dahlienmehrplatz erobert. Und auch die Dahlienpflanzung hier schräg von unten nach oben noch schöner wird, als sie eigentlich ist. Ich bin ein Fan der Dahlienwelle. Und Sie? Sehen Sie auch manchmal vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr, aber jetzt kann ich Ihnen helfen. Hier oben geht es zu Lubera.com, zum Shop mit über 5000 Pflanzen und über 5000 Gartenprodukten. Hier können Sie den YouTube-Channel abonnieren. Hier geht es zu Gartenvideo.com, wo Sie bequemer und einfacher durch unsere über 1500 Videos serven können. Und hier geht es zu Gärten.com, wo es mehr Garteninformation und mehr Gartenunterhaltung gibt. Ich gehe jetzt aber weiter. Meinen Weg. Hier geht es zu Gärten.